Ich wurde in einer sehr kleinen Stadt geboren. Meine Eltern waren hart arbeitende Bauern, die ein kleines Stück Land besaßen, das sie von ihren eigenen Eltern geerbt hatten. Schon in jungen Jahren lernte ich den Wert von harter Arbeit und Hingabe kennen. Als ältester Sohn wurde von mir erwartet, den elterlichen Bauernhof zu übernehmen und das Erbe fortzuführen, das meine Eltern geschaffen hatten. Ich arbeitete hart in der Schule und war entschlossen, Erfolg zu haben. Als ich siebzehn war, lernte ich ein sehr nettes Mädchen kennen. Wir verbrachten unzählige Stunden zusammen und ich wusste, dass sie die richtige für mich war. Doch meine Eltern stimmten ihrer Wahl nicht zu, weil sie nicht aus einer Bauernfamilie stammte. Trotz ihrer Ablehnung sah ich sie weiterhin und wir verliebten uns tief ineinander. Doch drei Jahre später verschwand sie plötzlich spurlos. Ich war zutiefst verletzt und wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Im Laufe der Zeit konzentrierte ich mich auf meine Arbeit auf dem Bauernhof und investierte in neue Technologien und Ausrüstung, um unseren Ertrag zu steigern. Unsere Familie wurde wohlhabender, aber es gab ein Problem. Mein jüngerer Bruder, der süchtig nach Alkohol geworden war und Probleme für unsere Familie verursachte. Ich versuchte, ihm zu helfen, aber es schien, als könne nicht sein Verhalten ändern. Inzwischen übten meine Eltern weiterhin Druck auf mich aus, ein Mädchen aus einer Bauernfamilie zu heiraten und sesshaft zu werden. Ein paar Jahre später lernte ich endlich eine Frau kennen, in die ich mich verliebte. Wir heirateten und bekamen einen Sohn, aber meine Eltern waren immer noch nicht glücklich, weil sie nicht aus einer Bauernfamilie stammte. Mit den Jahren verschlimmerte sich die Sucht meines Bruders und er wurde schließlich verhaftet. Ich versuchte, mit meinen Eltern über die Situation zu sprechen, aber sie weigerten sich, Vernunft anzunehmen. Dann eines Tages kam ich in unser Schlafzimmer und fand meine Frau weinend vor. Ich eilte zu ihr, um sie zu trösten, und fragte, was los war. Sie zögerte einen Moment und flüsterte dann, »Ich bin schwanger.« Zuerst war ich überglücklich. Wir hatten schon eine Weile versucht, ein Kind zu bekommen, und der Gedanke, noch ein Kind zusammen zu haben, war aufregend. Aber als ich sie ansah, bemerkte ich, dass sich ihr Ausdruck verändert hatte. »Was ist los?«, fragte ich. »Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist,« sagte sie leise und vermied meinen Blick. Dann stand sie auf und verließ das Zimmer, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Ich stand da, verwirrt und ein wenig verletzt. Hatte sie ihre Meinung über ein Kind geändert? Gab es etwas anderes, worüber sie mir nicht erzählte? In den nächsten Wochen bemerkte ich, dass sie übermäßig viel Zeit mit ihrem Handy verbrachte. Immer wenn ich sie darauf ansprach, wurde sie defensiv und sagte, dass es beruflich sei. Aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass etwas nicht stimmte. In den nächsten Monaten kümmerte ich mich um alles im Haus, kochte und putzte, während sie sich auf ihre Arbeit konzentrierte. Ich versuchte, das Thema Schwangerschaft erneut anzusprechen, aber sie schien distanziert und desinteressiert. »Lassen Sie uns ein paar Monate vorspulen.« Endlich kam der Tag, an dem sie unsere Tochter zur Welt brachte. Ich war an ihrer Seite, hielt ihre Hand und ermutigte sie bei jeder Wehe. Als unsere kleine Tochter endlich ankam, konnte ich nicht anders, als vor Freude Tränen zu vergießen. Sie war in jeder Hinsicht perfekt. Als ich unsere Tochter zum ersten Mal hielt, sah mich meine Frau mit einer Mischung aus Erschöpfung und Erleichterung an. »Sie ist genau wie ihre Mutter«, flüsterte sie, und ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Und in diesem Moment wusste ich, dass alles gut werden würde. Wir gingen für zwei Wochen zu unseren Eltern. Mir fiel auf, dass meine Frau und mein Bruder seltsam eng wurden. Sie flüsterten miteinander, teilten Insider-Witze und verbrachten stundenlang allein miteinander. Es war, als ob ich nicht existierte. Als Hauptverdiener für beide Familien war ich die meiste Zeit beschäftigt. Ich leitete den Bauernhof und überwachte unsere verschiedenen Mietobjekte. Aber immer, wenn ich nach Hause kam, fand ich meine Frau und meinen Bruder tief in Gesprächen oder lachend über gemeinsame Erinnerungen. Es war seltsam, um es gelinde auszudrücken. Meine Frau war früher immer eng mit meiner Schwester gewesen, daher konnte ich nicht verstehen, warum sie sich plötzlich zu meinem Bruder hingezogen fühlte. Und was meine Schwester betraf, konnte ich spüren, dass etwas sie bedrückte. Sie vermied meinen Blick oder schien in Gedanken verloren zu sein. Immer wenn ich sie fragte, ob alles in Ordnung sei, versicherte sie mir, dass es so sei. Ich wusste es besser. Es lief etwas schief, etwas, das meine Frau und mein Bruder vor mir versteckten. Dann eines Tages bat mich mein Vater, ihn auf einen Angelausflug zu begleiten. Ich stimmte freudig zu und freute mich darauf, etwas Zeit mit meinem Vater zu verbringen. Während wir unsere Leinen auswarfen und auf den Biss der Fische warteten, unterhielt mein Vater mich mit Geschichten von seinen eigenen Angelausflügen mit seinem Vater. Er sagte mir, wie stolz er auf mich war und was für ein guter Sohn ich sei. Aber ich spürte, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte. Schließlich öffnete sich mein Vater mir gegenüber. Er vertraute mir an, dass er enttäuscht von meinem jüngeren Bruder sei, der keine Richtung im Leben hatte und immer noch stark trank. Er arbeitete nicht und traf immer schlechte Lebensentscheidungen. Als wir uns anschickten zu gehen, übergab mir mein Vater einen merkwürdigen Umschlag. Er sagte mir, ich solle warten, bis er gegangen sei, bevor ich ihn öffnete. Neugierig stimmte ich zu. Aber als ich den Umschlag schließlich öffnete, wurde meine Welt auf den Kopf gestellt. Es war ein Vaterschaftstest für meine Tochter und meinen Bruder. Es bestätigte, dass ich nicht der leibliche Vater meiner Tochter war. Es fühlte sich an, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war immer eng mit meiner Tochter verbunden gewesen und hatte niemals daran gezweifelt, dass sie meine war. Doch jetzt war alles anders. Ich konnte mir nicht einmal vorstellen, wie meine Frau auf die Nachricht reagieren würde. Und was meine Tochter betraf, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Würde sie mich immer noch als ihren Vater sehen? Oder wäre unsere Bindung für immer zerbrochen? Ich eilte zurück zum Bauernhof. Alle waren da. Und ich konfrontierte meine Frau und meinen Bruder. Als ich dort stand und versuchte, mich mit dem, was gerade passiert war, auseinanderzusetzen, rasten tausend verschiedene Gedanken und Emotionen durch meinen Kopf. Wut, Verletzung, Verrat. Es war alles da, wirbelte in mir wie ein Sturm. Ich konnte nicht glauben, dass meine Frau und mein eigener Bruder mir das angetan hatten. Es war ein tiefer, persönlicher Verrat, der direkt in den Kern dessen schnitt, wer ich als Mann und Vater war. Und dennoch konnte ich gleichzeitig ein merkwürdiges Gefühl der Taubheit nicht verleugnen, als ob mich der Schock von allem entfremdet hätte. Während der Auseinandersetzung versuchte meine Mutter dazwischen zu gehen, und die Dinge zu beruhigen. Sie flehte mich an, meiner Frau und meinem Bruder zu vergeben, weiterzumachen und die Situation so zu akzeptieren, wie sie war. Aber ich konnte es einfach nicht. Wie sollte ich ihnen für eine solche abscheuliche Tat vergeben? Mitten in all dem stand meine Tochter da und sah zu mir auf mit diesen unschuldigen Augen. Ich konnte es nicht ertragen, sie zu verlieren. Aber gleichzeitig wusste ich, dass sich alles verändert hatte. Schließlich, nachdem stundenlang gestritten worden war, gingen meine Frau und mein Bruder weg, und ich blieb allein mit meinen Gedanken zurück. Ich wusste nicht, was die Zukunft bringen würde, aber eins stand fest. Mein Leben würde nie wieder dasselbe sein. An diesem schicksalhaften Tag, als ich immer noch versuchte, mich mit der bevorstehenden Scheidung abzufinden, kam meine Schwester aus Frankreich von einem Urlaub zurück. Sie ahnte nicht, dass sie in das Familiendrama verwickelt werden würde, das sich gerade entfaltet hatte. Sobald sie erfuhr, was passiert war, zögerte sie nicht, meine Frau und meine Mutter damit zu konfrontieren. Später an diesem Tag rief mich meine Schwester an und wir hatten ein Herz-zu-Herz-Gespräch. Während wir sprachen, offenbarte meine Schwester, dass jeder in der Familie über die Situation Bescheid wusste. Sie waren besorgt um meine Gesundheit und wie ich auf die Nachricht reagieren würde. Sie erwähnte auch, dass unser jüngerer Bruder unsere Mutter dazu gebracht hatte, die Wahrheit vor mir zu verbergen. Meine Schwester und ich beschlossen dann gemeinsam, dass wir keine Verbindung mehr zu unserer Familie haben wollten. Also entschieden wir uns, uns vollständig von ihnen zu lösen. Ich wusste, dass ich einen Neuanfang machen und den Schmerz der Vergangenheit überwinden musste. Mit dem Angebot meiner Schwester, mir zu helfen, begann ich nach einer Scheidung über einen Umzug in die Stadt nachzudenken. Während ich weiterhin durch diese schwierigen Zeiten navigierte, bekam meine Gesundheit einen ernsthaften Schlag versetzt. Dennoch blieb ich entschlossen, durchzuhalten und neu anzufangen. Ein paar Wochen später rief mich mein Vater an und teilte mir einige beunruhigende Neuigkeiten mit. Meine Mutter, die Person, die meine Vertraute und mein Rückhalt hätte sein sollen, hatte einen Schlaganfall erlitten und befand sich in kritischem Zustand im Krankenhaus. Meine Frau, mein Vater und die Kinder waren an ihrer Seite und versuchten alles, um sie zu trösten. Aber ich konnte mich nicht dazu bringen, sie zu besuchen. Mein Verhältnis zu meiner Mutter war schon eine Weile belastet gewesen. Sie hatte immer meinen Bruder mir gegenüber bevorzugt und war sogar so weit gegangen, damit gedroht, mich von der Familie abzuschneiden. Aber am meisten schmerzte es, dass sie sich während unserer Probleme auf die Seite meiner Frau und meines Bruders gestellt hatte, obwohl ich immer für sie dagewesen war. Der Verrat hatte tief geschnitten und ich konnte den Schmerz, den er mir zugefügt hatte, nicht übersehen. Um mein Elend zu vergrößern, hatte ich schon seit einiger Zeit mit Depressionen zu kämpfen. Trotz des Besuchs von Therapiesitzungen schien nichts für mich zu funktionieren. Das Gefühl der Hoffnungslosigkeit war überwältigend und ich fühlte mich, als würde ich ertrinken. Diese Tage waren ein absoluter Albtraum. Es fühlte sich an, als würde die ganze Welt auseinanderfallen. Das Einzige, was mich am Laufen hielt, war mein Sohn. Ich wusste, dass ich stark für ihn sein musste und ihn vor dem Chaos, das uns umgab, schützen musste. Als ich in meinem Anwaltbüro saß und die Details meiner anstehenden Scheidung durchging, konnte ich nicht anders als ein Gefühl der Leere zu spüren. Es war nicht nur der Verrat der Wehtat, es war die Tatsache, dass es mein eigenes Fleisch und Blut war, das mir das angetan hatte. Die Person, auf die ich mich immer verlassen konnte, hatte sich als Schlange erwiesen und es fühlte sich an, als ob meine Welt auf den Kopf gestellt worden wäre. Mein Bruder war ein undankbarer Mensch, der mich verraten hatte. Er hatte meine Familie ruiniert und unsere Trennung verursacht. Meine Hoffnungen, Bemühungen und Familie waren alle zerstört worden. Das Schwerste war es, meinen Sohn durch all das Gehen zu sehen. Er war noch so jung, aber er verstand, was passierte. Er sah die Scheidung und das Chaos, aber er war verständnisvoll und stark. Ich war stolz auf ihn und ich wusste, dass ich auch stark für ihn sein musste. Ich konzentrierte mich darauf, für ihn da zu sein. Schließlich begann ich, mein Leben wieder aufzubauen. Ich nahm meinen Sohn mit nach Spanien, wo wir das Land erkundeten und neue Erinnerungen zusammenschufen. Ich begann sogar wieder zu daten. Ich traf eine Frau, die mich wieder lebendig fühlen ließ. Wir heirateten in einer kleinen privaten Zeremonie. Es war ein Neuanfang für mich und ich war dankbar für die zweite Chance auf Glück. Dann erhielt ich eines Tages die Nachricht, dass mein Vater gestorben war. Er starb im Schlaf. Meine Mutter versuchte, stark zu sein, aber ich konnte sehen, dass sie litt. Ich besuchte den Bauernhof und zusammen durchsuchten wir seine Sachen, in der Hoffnung, etwas Abschluss zu finden. Unter ihnen entdeckte ich seine alte Uhr, die, die er jeden Tag trug. Sie tickte immer noch und erinnerte mich an die Zeit, die wir miteinander verbracht hatten. Ich hatte viel zu sagen, aber ich konnte irgendwie nicht die richtigen Worte finden. Ich vermisste ihn so sehr und es tat weh zu denken, dass er nicht zurückkommen würde. Ich wusste, dass er nicht wollte, dass ich traurig bin, aber es war schwer, es nicht zu sein. Ich würde die Erinnerungen, die wir teilten, immer schätzen und ich würde ihn überall hin mitnehmen, wo ich hinging. Nach dem Tod meines Vaters änderte sich etwas in mir. Ein paar Wochen nach der Beerdigung nahm ich mein Handy ab und wählte die Nummer meines Bruders. Der Anruf wurde an die Mailbox weitergeleitet, also hinterließ ich eine Nachricht, in der ich fragte, ob wir uns treffen und reden könnten. Später an diesem Tag rief mein Bruder zurück und stimmte einem Treffen zu. Als ich meinen Bruder sah, konnte ich die Groll spüren, der wieder in mir hochzukommen drohte. Aber ich verdrängte ihn und konzentrierte mich darauf, was ich sagen wollte. Ich sagte ihm, dass ich ihm für das Vergangene vergeben habe und dass ich weitermachen möchte. Zu meiner Überraschung war mein Bruder dankbar und erleichtert. Er hatte jahrelang unter der Schuld gelitten und er fürchtete, dass ich ihm nie vergeben würde. Wir umarmten uns und ich spürte, wie eine Last von meinen Schultern fiel. Von diesem Tag an begannen mein Bruder und ich, unsere Beziehung wieder aufzubauen. Er ging in eine Entzugsklinik und hörte komplett auf, Alkohol zu trinken. Die Vergebung, die ich meinem Bruder angeboten hatte, hatte ihn nicht nur von seiner Schuld befreit, sondern auch die Tür zu einer erneuerten Beziehung geöffnet. Ich erkannte, dass Vergebung nicht nur die andere Person betrifft. Es geht auch darum, mich von den negativen Emotionen zu befreien, die mich zurückgehalten haben. Ich fühlte mich leichter, glücklicher und friedlicher als seit Jahren. Danke, dass du meiner Geschichte zugehört hast.